Prost! Wo ist das? 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 Wunderter, wo ist das? Muss man die Burs aus der Hand essen? So, keine von der anderen. Jetzt ist es von mir. Oder mit einem Fuß. Mit einem Fuß. Komm jetzt rein. Mit einem Fuß. Okay, wir machen so. Na, aber ohne. Dann macht jeder mit, gell? Das ist sehr gut. Habt ihr auf die Seite. Ah! Wir machen jetzt im Fügel eine Stunde. Und dann sieht man so wie hier. Ah! So! Danke euch! Danke euch! Bobi! Komm! Einer muss die Schweine. Ja, du! Ja! So! So! Schön, dass ihr hier arbeitet. Schön, dass ihr hier da seid. Schön, dass ihr hier da seid. Wir werden auch noch schön Billards spielen. Ein bisschen an der Bar chillen. Das wird super. Wer ein Pool will, kann ein Pool. Ja, Den muss. Auf einem schönen Abend mit... Mit decía! Mit Problem! Danke schön. Auf einenITY-Wiesen. Und gibt es jemanden, den sie nominieren muss? Na ja, das muss Mathe auch sagen? Na ja, er ist Chef. Und wo ist der Chef? Wir haben einen Pizzeria in Pizzeria.